Oh Gott, hau ab ey, ey, jetzt ist es über 15 Minuten her, es trennt immer noch in den Augen, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber sie fühlen sich völlig rot an, völlig verbrannt und mein ganzes Gesicht, als wenn es glühen wolle, und das Geile ist, ist ja auch eine Luft, es geht auf die Lunge, also man kriegt richtig das Gefühl, man kann gar nicht mehr atmen, und es geht in die Lungen rum, ich habe die Klamotten ausgezogen, weil sie das da auch festgesetzt hat, und es hat daraus auch noch die ganze Zeit gekommen ist.